Die Trennpasta heute mit Spargel. Schichte den grünen Spargel mit Tomaten, gib Salz und Pfeffer sowie einen Esslöffel Olivenöl darüber, streue Feta-Würfel darauf und erstmal damit ab in den Backofen. Spargel mehrmals zerteilen, griechischer Joghurt oder creme fraiche hinzu, zum Abschluss frischer Limettensaft sowie gekochte Pasta und alles miteinander vermengen. Erfrischen, cremig, leicht und frühlingshaft lecker. Kriere es unbedingt nach, so gut! Kriere es unbedingt nach, so gut!